Let's Play Games Altenes Live Season 1 So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Altenes Live. Heute mit dabei der Benni. Servus. Und meine Wenigkeit der Timo. Ihr sollt gerade echt überlegen, wissen wie ich heiße. Ja, wir sind jetzt auf einem neuen Server und zwar auf Zero One. Ja, und jetzt schauen wir mal. Oh, hier, guck mal, Lizenzpreise. Führerschein 1000, Bootschein, Taucherschein, LKL-Führerschein. Illegal, Marihuana, Verarbeitung, Mundschein, Heroin, Kokain, Rebellenausbildung. 960.000 Kosten als Strafe. Äh, als, als. Rebellenausbildung. 960.000. Warte mal, Sandverarbeitung, Baumwollverarbeitung, Diamantverarbeitung, Salzverarbeitung, Ölverarbeitung, Eisenverarbeitung. Wie kann man eigentlich die Spielliste angucken? Die Paula immer noch eigentlich. Ja, aber... Ne. Steuerung, oder? Wo bist denn du eigentlich? Ich stehe hier gerade, ich will gerade versuchen, meinen Dings zu machen. Meine Pings hochzuschrauben. Wie viel habe ich denn? 3500. Was brauchen wir? Einen Führerschein brauchen wir. Machen wir 2500. Ne. Nehme ich 3000 gleich runter. Also du könntest eigentlich auch nur auf MWMap drücken, dann auf Spieler und dann siehst die Spieler und dann auf Spieler und dann auf Spieler und dann auf die Spieler. Also ihr seht, es ist etwas voller. So, gut. Lass mich ran da. So, ich habe 60.000. Wie redet man? Wie redet man? Umstellschrift. Ist hier jemand, der Reinsch heißt? Ja, der ist da. Ich weiß nicht, Schwertzölz. Ach komm. Aufheb ab, Benni. Hallo. Ja, Geld, oder hast du welches? Ah. Ja, mach hin, voran, Jung. Einen wunderschönen guten Tag. Beziehungsweise guten Abend. So, los geht's. Wir schauen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Guck mal, auf die Map, wo wir hin müssen. Was wollen wir denn überrücken? Wo bin ich denn hier? Ja, ich weiß nicht, wo du wieder hinläufst. Lade. Auf, komm, du bist ja mitten in der... Äh, warte mal, ich muss auf die Map gucken. Na kurz, ich bin doch kein... Bist du denn da? Also irgendwie domelt. Monsieur domelt heute wieder rum. Ach halt, ich könnte mal, so. Oh, ich habe ja schon einen Rucksack. Guck mal. Warum habe ich schon einen Rucksack und du nicht? Du hast doch gecheated. Ich bin wallhacktisch. Wie ist denn diese Stadt? So wie? So wie? Äh, du musst einmal der Baba machen. Ganz rauszoomen. Ja, und nun? Du kannst wieder reinzoomen. So wie? Das habt ihr erst mal angezeigt. Hier ist man ja irgendwo. Autohaus. Safe zone. Pyrgos ist das. Immer das mit den runden Kreisen drumrum. Ja, das weiß ich schon. Was haben wir? Neo. Sind wir am Arsch der Welt oder was? Anwalt? Ne, Autohaus. Ah, hier oben, 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 oben. Ganz oben, oberhalb des Salzdings. Überm Salz? Wie kommen wir denn da hin? Spawn nennt man sowas. Lass mich ran, da den Zivilia steht hier. Bürgeramt. Elektroladen. ATM. Gucci. Cookie. Gehen wir zur Cookie. Erstmal zur Cookie. Äh, ich habe ja was zum Anziehen. Gehen wir auf den Markt. Bürgeramt. Brauchst du Lizenzen? Hast du einen Führerschein? Ja, ja, klar. Ah, nee, Führerschein brauche ich. Warte mal, halt, ich muss gucken. Wo macht man das bei... Äh, WP. Z. Eberlin. Führerschein habe ich, ja. Hab ja, das einzige was ich habe, Führerschein. Ich habe Äpfel, Kaninchenfleisch, Wasser, taktischer Speck. Aber gar nichts. Wir fahren leider herum. Ja, fahren die Leute, also wir müssen mal einkaufen gehen ein bisschen. Ja, gehen wir zum Markt, oder? Ja, gucken wir mal beim Abend. Hast du, hast du? Äh, was, wohin? Äh, ja, hier links. Ne, gut, gut, ne, Markt, Markt selber. Cookie, Cookie ist Dings, ähm, Klamotten. Also gehen wir zum Markt, dann kann man Kaninchenfleisch eis kaufen. Bus, oder was? Was ist das hier? Delivery Mission. Aber wir brauchen ja eigentlich Geld, ne? Ein bisschen Äpfel machen. Hier soll Kreiz. Bananen. Bananen. Bananen anpflanschen. Bananen anpflanschen. Ja, stopp, wir sind zu weit. Was, wo, wo denn? Da drin ist der Markt. Oh. Da vorne an dem Markt vorbei gelaufen ist. Markt, zieh mal. Ich brauche einmal Wasser. Oh, wieso nimmt er den jetzt wieder nicht? Einmal Wasser. Gebt mir doch den Markt, du Schwein. Ich brauche mal ein Kaninchenfleisch, zwei Stück. Red Bull, taktischer Speck, Spitzhacke. Spitzhacke? Bei einem Zinkanister, ne? Ne, brauche ich euch nix, ne? Du kannst nur jede Sekunde etwas kaufen. Taktischer Speck, nehme ich noch einen mit. Und Wasser nochmal. Ich nehme bloß Wasser und Kaninchenfleisch. Oh, eine Pizza von 220. Schnell, eine gute Pizza. Ich höre lieber. Oh, wir müssen ein Auto, komm, wir gehen rein. Nein, nein, wir klauen jetzt kein Auto. Ach, wo bist du denn? Ich bin voll im Auto. Das stellt sich mal hin. Guckt halt rein. Achso, ich könnte mal die Ohrstöpselreiß machen. Wie war das? Stern. Da kommt er, da kommt er. Wer verdrückt, wer zwar Angst vor dir hat. Oh, da hinten steht ein Heli. Hubschrauber, oh, nein, Hubschrauber. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wo ist hier? Oh, guck mal, da oben. Ich brüchte vielleicht mal was zum Anziehen. Ja, da müssen wir Cookie gehen. Na, Cookie, also, gehen wir Cookie. Guck mal, da oben hast du das gesehen, Benni? Komm mal, hierher. Wo bist du denn? Na, hier vorne. Ach, muss man gucken, wie es irgendwie geht mit dem Map. Guck mal da oben auf den Berg. Oh, beleuchtete Kuppel. La, cool. Und ich werde nicht müde, wieder auf unser Let's Play aus der Namen D hinzuweisen. Also, Vorkreuzung links und dann gleich wieder rechts rein. Da muss Cookie sein. Also, hier ist ein ATM nochmal. Ja, da kann ich wahrscheinlich gleich wieder Geld holen, weil... Na, du hast aber 3.000, oder wie viel hast du? Ich habe 60.000. Ah, siehste, ich habe so 3. Hier ist die Tankstelle. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ah, ja, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Lass mich, wann da denn sie will? Garage? Gucken, dass wir das Ding finden. Wo ist denn das? Ach, ich bin da. Ah, okay, ich bin ja viel zu früh abgebogen. Bin jetzt am Cookie. Oh, die Kirchenklocken von Jericho. Bruce Outfit. Bist du schon bei Cookie? Ich bin schon bei Cookie. 6.000 Euro. Vehiclegarage. Habe ich schon Vehicle gekauft? Weitere kamen. Keine Fahrzeuge mehr. Schade. Einfach was ein Rucksack. Also hier, Leute. Hier sind wir drauf. Zero, one. Es sind eigentlich, erfreuen sich hoher Beliebtheit. Geben sich aber auch richtig Mühe. Warte mal, wo bin ich denn? Lass mich ran. Ja, öööö, ich bin zu tief. Zu weit unten. Wie habe ich denn das geschafft? Wie konnte ich? Ist das in der Kirche? Hey, ich check's gerade nicht. Wo bin ich denn? Vorne an der Hauptstraße, direkt? Ja, ich lauf die falsche Richtung die ganze Zeit. Ich guck jetzt mal, wo du, wie man das geht, die Einstellung. Meine Gang. 75.000. Müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Ist die einzige Möglichkeit, sich da... Sag mal, bin ich denn bescheuert? Ich finde diesen Cookie nicht. Ich lauf immer hin und her und finde ihn nicht. Hier ist ein Basketballfeld. Hä? Der will mich argern. Mein Lass mir ran, da wo bist du denn? Ja, ich lauf immer hin und her auf der Straße. Ich suche die gerade in der Spielliste. Vielleicht kann man da was einstellen als Freund, ne? Das ist ja vielleicht alternativ gut. Im. Ah! Okay, ich hab's gleich hin. Lass mir ran, da denn sie will ja stumm. Wähle Vertreibung, wähle Admin. Ach, stumm kannst du machen, mach mal stumm. Ja, dann bist du stumm, dann herrsch dich nicht mehr doppelt. Richtig. Aber macht das Sinn? Wer wurs macht, weiße nur. Ach, da ist Cookie, guck mal. Was hab ich gefunden? Wähle Vertreibung. Was? Wähle Vertreibung. Wähle Admin. Oh, Kampfanzug. Mit Tattoos. Oh. Was ist los? Kostet aber 6000. Kleidung, Weste, Schießplatzverwalter, Gürtel, Weste, Presseweste, Weste 5000. Boah, ich hab kein Geld mehr. Kopfbedeckung, meine Mütze, oder? Brauchst du eigentlich alles sinnlos. Wenn du viel Geld hast, ja, aber wenn du kein Geld hast, brauche ich sie eigentlich. Oh. Ach, der Nix sieht halt ein bisschen besser aus. Eine Marshall-Mütze, guck mal, da ist mit Dings, mit Headset. Mit Headset? Mhm. Ein Beanie, ein Bushhut, Militärmütze. Hex-Kamouflage. Oh, ja, genau. Ach, kostet zu viel. Warum haben die alle Headsets dran? Hey, die haben alle Headset dran. Oder viele haben Headset dran. Hey, selbst ein Strohhut kostet 2500 Euro. Funktioniert es bei dir mit der Windows-Taste, dass da das Menü kommt? Bei mir verschwindet es gleich wieder. Was? Das ist auch Windows-Taste, das Reparatur-Menü und alles Benutzen-Menü. Wieso wird bei mir jetzt eine Polizei? Ach. Kaufen. Mütze. Grün. Kaufen. Ich habe jetzt eine grüne Schirm-Mütze gekauft, die kostet 200 Euro. Oh, sieht gut aus. Hubschrauber, Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Habe und zumal immer auf Speichern drücken, dann nicht vergessen. Das macht es nicht automatisch. Kommst du ja oder brauchst du noch was? Oder was wartest du? Ich habe geguckt, wie das funktioniert mit dem... Dass man dich in der Karte sieht. Das geht nicht, du musst dir so 75.000 ausgeben. Ja, okay, dann sparen wir noch ein bisschen. Also, wo gehen wir hin? Äpfel, Bananen, Banonen. Weißen, was gibt es denn? Äpfel, oder? Hier, IET im Krankenhaus. Gießfach. Autohaus, aber Autos brauchen wir ewig. Dann müssen wir ewig schließen. Gibt es ja Quatschkliniken hier zu kaufen? Ja, aber ich habe kein Geld. Ich kann eins kaufen, dann zusammen. Wie lassen Sie? Ich habe noch 3.000 Autohauser. Ja, komm, wir gucken mal, wo sind die Autohaus? Autohaus da oben. Komm, wir gehen mal zum Autohaus. Ja, ich laufe dahinter. Jetzt der oben sein eigentlich. Ich laufe richtig schwerer. Ah, da ist noch rechts. Ach so, hast du überhaupt schon einen Führerschein? Äh, Führerschein habe ich schon, klar. Wo hast denn den her? Ja, letztes Mal gekauft, den Kavala. Warst du schon da? Was hast du von einem kleinen Rucksack gekauft? Ja, 5.000 Euro, Dollar. Ja, egal. Na, ich habe halt meinen Manala für 20 gekostet. Ach, da waren wir doch schon, ja. Das ist doch ein Autohaus. Hallo, kann ich jetzt auswählen, oder willst du nicht mit mir spielen? Und ein Auto? Limousine fängt an. Oh, 31.000. Kaufpreis oder Mietpreis? Kaufpreis. Wenn, dann kaufen wir noch 31.000. Hast du noch 31.000? Ja, ich muss halt kurz abheben, aber ich habe schon. Warte, dann gibt es sogar in schwarz. Öh, die Limousine in schwarz. Du hast mit 30.000 gestartet hier, oder? Ich habe irgendwie. Und du hast doch so viel Geld gemacht, habe ich gedacht, dass du es ja auch war. Ne, ich habe noch einmal gespielt. Ich bin gerade mal rein. Ah, AS Automobile, die kenne ich irgendwoher. Also, ich würde jetzt sagen, wir kaufen uns, was hätten wir, einen Geländewagen oder Limousine nachher? Eine Limousine, du hast nicht so viel Geld, wo hast denn das Geld her? Immer noch 60.000. Ich habe doch schon Äpfel gesammelt. Ach, du hast hier schon Äpfel, ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur ausgegeben, mein Geld und fertig. Ja, ich habe jetzt 62.000 insgesamt, habe ich jetzt. Und habe mich nach Kavala gestellt und habe den Leuten beim Labern zugehört. Was ist das, ja? Karskin, okay. Gut, jetzt hole ich gleich mal Geld. Was soll man jetzt dann kaufen? Sollen wir uns eine Limousine oder eine Geländewagen? Eine Limousine. Na gut, Geländewagen passt mir rein, aber hast du das, wenn du das Geld hast? Ja, 46.000, aber es ist 31.000 oder 46.000, da habe ich immer noch knapp 20.000 übrig. Ja, ja, klar, dann müssen wir halt arbeiten. Oder soll man lieber billigen kaufen und dann eine Gang machen? Da haben wir 15.000 Euro billiger. Na gut, aber dann halt weniger Transport, ne? Wir haben Pferdestärke unten, Passagiere 3, Lager 52 und Geländewagen hat 108, also überdoppelt so viel. Ja, also, ja, also, ja, das ist 466.000, da muss ich gar nicht sein, äh. Ja, dann, wo wir vorhin waren bei der Tankstelle. Denken wir jetzt an ATMs werden, nicht nur durch ATM angezeigt, sondern auch durch das Symbol, ne? Ja, dann bin ich gerade dabei, ob da nicht irgendwie ne? Ja, 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 bei der Tanke. Das hat sie, der ist eine hatze! Ja, hier rüber halt! Ja, hier, ich lemme ich dachte auch zu dir... Ich bewache dich mein Freund, mich hier in den Busch verzögen, das tut mich keiner. Habe ich gesehen. Ach, Benzin, was kostet mir das Benzin? Ach, Benzin, ja gut, hab ich. Bisschen Geld haben wir immer. Obwohl ich jetzt 40.000 habe ich, 50.000 habe ich. Wie viele Äpfel hast du gesammelt, hä? Nicht so viel einmal und der Rest umgestanden. Es gibt ja nicht jede 5 Minuten Gehalt. Ich habe gar nicht unten gelesen. Ach so, ja, dann bist du ein bisschen drin oder so. Ich habe gerade nichts gelesen, haben wir schon was gekriegt? Ah, sieh, ich habe schon wieder 4.000 auf der Bank. Also habe ich jetzt 6.700 hätte ich jetzt insgesamt. Ich habe jetzt mal 40.000 geholt, jetzt habe ich 50.000. Das machen wir 46.000 kaufen und jetzt dann. Jetzt müssen wir halt echt gucken, dass wir nicht überfallen werden, gerade auf dem Weg dahin. Aber hier ist weniger los, das macht irgendwie Sinn, das Anfang. Das andere ist so ein bisschen arg stressig. Kann das sein, dass hier Essen und Trinken nicht runter geht? 110 Prozent. Ja, eben. So, wir nehmen jetzt einen... Halt, ich stelle mich hier ganz an die Wand. Nicht, dass ich jetzt getroffen werde. Ein Geländewagen in Farbe. Schwarz, oder? Yellow, white, dark... Schwarz, oder? Black. Black, du Schwein. Kann man nur Black nehmen. Ja, oder? Keinen schwarzen Geländewagen. Oh Gott, red, geil, pink, yellow... Tannen ist eine Tannenfarbe, oder? Tannen ist Dings, ähm, Camouflage. Oh, soll man Tannen nehmen? Na, ich nehme Tannen. Hier gibt's gar kein Bild. Ja, Tannen ist Dings, ähm, ja, wie Ami, Ami, ehemalige... Äh? Hä? Sandfarben. Tannen ist Sandfarben. Oh, sieht aber auch gut aus, kann man machen. Schon verdreht, ist der kaputt? Schon verdreht, hey, gleich zurückgeben. Ist der kaputt? Aber guck mal, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht, ich bin schon... Zum Apfelfeld, oder? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wo ist denn das Apfel? Apfel? Ach, Apfel fällt da unten. Oder willst du Bananen? Ich setz mich hier hinten drauf. Ist ja egal, irgendwas. Kommt, Apfel ist näher. Okay, jetzt muss ich was gucken, wo man da hinkommt. Aber ich wähle es mal kurz an, hier. Ach, Tim. Langweilig. Oh, hört sich gut an. Hört sich böse an. Boah! Wie verscht du denn, hä? Zug. Ist nicht weit weg, oder? Nein. Hier bis in die Gegend angucken. Wieso ferschen du so langsam, oder was machst du da? Ich guck gerade, welche Abbiegung ich nehmen muss. Ich muss irgendwo links runter nachher. Ach so. Ja. Oh, Kreisel. Ja, mal da rein. Aber guck, guck. Warte mal kurz. Ich muss da kurz gucken. Oh, lieber auf die Seite hin. Nicht, dass du gerammt wirst. Oh. Oh, wir haben gar kein Repair-Catch. Shit. Oh, stimmt. Naja, wird schon nichts passieren. Hm. Boom. Nein. Mit dem Findlings-Schild. Was steht da? Ah, Sophia. Ja, irgendwie ist das schon geil gemacht, das Game. Und wenn du dann überlegst, dass hier aus dem Spiel, oder ja gut, aus Arma an sich, ja eigentlich dann auch Dings draus gemacht wurde, ähm, DayZ und so, und die es bis heute nicht geschafft haben, brauchbare Autos da anzufügen, also ich weiß nicht, also. Oder? Also. Keine Lust. Ja, und DayZ gibt es ja schon ewig lang. Über zwei Jahre, meine ich. Ja, oder? Ja, es tut mir leid, dass wir immer noch keine Action und sowas machen, aber wir müssen jetzt erstmal Kohle verdienen. Achtung, Findlings-Schild! Und? Naaaaaaaaaaa! Hatze! Hatze! Ein Hatze! Oh ja, Benni, die nächste Folge machen wir Fraktor! Da dürfen wir nur Fraktor reden! jetzt habe ich dann eben wieder reis rechts von uns gibt es endlich war mal ein bisschen näher hin wie rechts und das kann ein bisschen mehr hinschrauben weil jetzt finde ich mich nur acht ein bisschen ein bisschen weiter halten jetzt nach links links da hinten das eingezäunte nähe zu weit zurück ich bin genau du bist voll mega weit der punkt vorne ist eine position wenn ich es so weit gefahren ja ich weiß auch nicht rechts da komme ich gar nicht rein das alles von der bäume wir haben jetzt rechts 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 ja aber das sind ein paar kalt davor ja ja so ist gut warte und jetzt bleibt halt stopp 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 genau da bleib ich jetzt ich müssen neben uns ab für bäume sein ich habe nicht gesehen ich habe keinen neid zwischen ist ganz schön dunkel ja jetzt kann er sagen dass wir hier nicht dann war dann halt ich tue eben aussteigen also hier müssen wir jetzt ab für bäume sein wie macht man das mit c oder was mit u eigentlich mitten im abfeld bin ich was mit u ne mit mit g ww ww aber meiner macht schon was wo denn drei äpfel gesammelt wo denn du auch schon du machst auch die bewegung ach das drückt mich ja einfach nur das sind gar keine bäume keine ahnung eigentlich sind schon bäume aber irgendwie ich habe gleich neun macht aber schon sind das licht im auto brennen zu lassen ja ein bisschen ich bin natürlich 15 appel habe ich schon ach stimmt jetzt muss ich dir wieder die apple geben irgendwie ist das ganz kompliziert ja gut aber die folge endet das sowieso gleich obwohl können wir auch jetzt enden lassen weil die Leute wollen ja sicherlich nicht zugucken, wie wir hier Äpfel sammeln. Also würde ich sagen, danke fürs Zusehen in unserer ersten Folge auf einem realen Sauber. Danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Da werden wir auch ein bisschen mehr Action. Wir tasten uns langsam ran an die Action. Also gut, an die Äpfel. Ja, ich habe hier gerade Äpfel gelesen, deswegen boah. Okay, also Tschüss.